Die Firma Schokotec in Wernigerode weiß, wie man durch Qualität die Herzen von Naschkatzen gewinnen kann. Das Traditionsunternehmen aus Sachsen-Anhalt ist seit fast 100 Jahren Systemlieferant für die Süßwarenindustrie. Moderne, leistungsfähige Maschinen für diese Branche herzustellen, ist nicht einfach. Spezielle Kundenwünsche sind ebenso zu berücksichtigen wie die besonderen Anforderungen des süßen Produkts. Systeme zum Mischen und Wiegen gehören daher selbstverständlich zum Angebot von Schokotec, ebenso Maschinen zum Kochen und Karamellisieren, Dosieranlagen, Einrichtungen zum Füllen von Konfiseriewaren und alle anderen Geräte, mit denen vom Bonbon bis zum Trüffel das ganze Spektrum süßer Versuchungen produziert werden kann. Schokotec strebt an, den Energie- und Ressourceneinsatz kontinuierlich zu verringern. Konkret heißt das beispielsweise, den Zucker mit weniger Wasser zu lösen. Das System Ecograph kann durch Einsatz von Druck und hoher Temperatur rund 50% Energie einsparen. Innovationen wie diese entwickeln die Maschinenbauer in ihrem modernen Labor. In diesem Technikum werden die Prozesse der Süßwarenherstellung praxisnah getestet und auf maximale Produktionsgeschwindigkeit optimiert. Antriebstechnik von SEW Eurodrive trägt maßgeblich zur hohen Energieeffizienz der Maschinen bei. Seit den 1990er Jahren setzt Schokotec auf Motoren, Getriebe und Steuerungen aus Bruchsal. SEW-Getriebemotoren treiben beispielsweise die Rotoren der kontinuierlichen Tabliermaschine Mikron an, aber auch Temperierbänder oder Rührwerke. Schokotec schätzt die Qualität, die kurzen Lieferzeiten und die vielen Varianten im Baukastensystem von SEW. Spezialmaschinen von Schokotec mit Antriebstechnik von SEW Eurodrive erzeugen in vielen Ländern der Welt hochwertige Süßwaren.